So, Leute mussten nun lang genug bangen und blutschwitzen, ob sie noch eine The Batman-Kritik von mir bekommen. Ich weiß, ich weiß, es hat jetzt lange gedauert, bis ich endlich mal dazugekommen bin. Hey, ich mein, komm, es ist beinahe drei Stunden Schinken, also man mag es mir bitte verzeihen, dass ich jetzt nicht sofort die Zeit gefunden hab, mir diesen Film anzuschauen. Und ich bin froh, dass ich gewartet hab, weil ich dadurch aus diesem Video jetzt vielleicht ein bisschen mehr machen kann. Nicht nur eine Kritik zu Batman, sondern so ein bisschen eine Evaluierung aus Superheldenfilmen momentan im Allgemeinen. Denn ich werde die Möglichkeit wahrnehmen, ein bisschen über The Joker zu reden, zu dem ich ja keine Kritik mal gemacht hab. Ich denke, Leute kennen meine Einstellung, dass The Joker ein ordentlicher, aber trotzdem mittelmäßiger Film war. Falls es Leute ein bisschen ausführlicher wollen, schaut's euch die Jenny Nicholson-Kritik dazu an. Die ist, finde ich persönlich sehr, sehr gut. Ansonsten werde ich die Möglichkeit eben wahrnehmen. Wird Joker hier nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen? Ich weiß, es ist lange her. Aber ich finde, dass diese beiden Filme viel miteinander gemeinsam haben. Also jetzt nicht unbedingt vom Aufbau, sondern von der Attitüde her. Ja, so von der grundsätzlichen Idee, vom grundsätzlichen Ton, wo so diese Reise, vor allem von anscheinend DC, vor allem Batman-Filmen oder auch so Batman-Nahein-Filmen mit irgendwelchen Bösewicht-Nebencharakteren oder so hingehen soll. Ähm, zudem wird's auch noch so ein paar kleine Hiebe, ja, so Wink-Wink-Nutsch-Nutsch von mir geben zu Spider-Man No Way Home, von dem ich jetzt auch kein großer Fan war. Und das kommt alles so ein bisschen zusammen, was vermutlich die Zukunft von Superhelden-Filmen betreffen wird. Ähm, deswegen denke ich, muss ich ins kalte Wasser tauchen mit euch. Äh, ich fand, The Batman war ziemlich furchtbar. Ziemlich furchtbarer Film. Ähm, an sich natürlich serviceable. Ja, also wenn man sich jetzt nicht mit den Comics auskennt, wenn man sich jetzt nicht mit Batman auskennt, wenn man jetzt keinen Scheiß um die Lore gibt, ähm, wenn das für Leute keinerlei Belang hat, also auch noch nicht mal einen Belang hat, dass das jetzt eigentlich ein Batman-Film sein soll, dann ist es vermutlich ein ordentlicher Crime-Thriller, ja, weil das ist, was dieser Film mehr als alles andere sein will. Es ist in dem Sinn praktisch kein Batman-Film. Klar, Batman ist im Film mit dabei. Ansonsten sind alle Charaktere eigentlich nur Cardboard-Cutouts und Name-Calling und haben überhaupt null Tiefgang zu sich. Und null wirklich gute chemische Verbindung und, ähm, Zwischenspiel zur Figur von Batman. Ähm, es ist einfach nur Name-Calling. Schau, da ist Catwoman. Da ist, äh, da ist jetzt, ähm, der Riddler. Riddler, den gab's mal, ne? Da ist der Penguin. Und, ja, Falcone, das haben Leute schon mal gehört. Und das so auf der Ebene spielt sich halt ungefähr der Tiefgang des Films ab. Es ist halt, wie gesagt, so ein bisschen Roll-Calling. Ja, hey, wir haben den und den und den und den mit dabei. Das haben Leute schon mal gehört. Schaut's mal, das Batmobile ist nicht so, wie es normalerweise ist. Okay. Okay. Ich, ich versteh's ja. Ich denke, wenn, bevor wir jetzt so ein bisschen die Verbindungen knüpfen zu eben anderen Filmen, ähm, mit denen ich auch schon Probleme hatte, was die Modernisierung von Superheldenfilmen angeht. Äh, ich denke, was ich noch erwähnt haben möchte, äh, jetzt zu The Batman ist, dass, äh, wenn sie schon, und wie gesagt, das kommt jetzt halt von jemandem, der sich ein bisschen mit den Comics auskennt, Batman Year One wäre vollkommen okay gewesen. Ähm, und das hatte ich eigentlich auch erwartet, dass sie es machen. Ähm, für Leute, die nicht wissen, was Batman Year One ist, äh, Batman Year One ist das erste Jahr von Batman. Ähm, also, Batman Year One ist vor allem berühmt berüchtigt dafür, dass es noch viel mehr darum geht, dass Batman wirklich nicht erkannt werden darf, dass er wirklich aufpassen muss, dass seine Identität irgendwie rauskommt. Er hat auch noch, er hat noch nicht mal den Batsuit. Also, Batman in Batman Year One rennt größtenteils eigentlich praktisch in, in einem Bikersuit und einem, und einem Vollvisorhelm rum. Ähm, und das ist aber, was Batman Year One eigentlich so cool macht. Das ist, was es interessant macht. Es gibt einen DC-Animated-Movie dazu, empfehlbar, hab ich, glaub ich, auch noch in meiner Sammlung. Ähm, wenn Leute daran interessiert sind, schaut's euch mal Batman Year One. Ich hätte eigentlich gedacht, dass der Film das macht. Nein, es wird sofort etabliert in diesem Film. Es ist jetzt zwei Jahre her, seit The Batman, äh, auf der Bildfläche, ähm, erschienen ist. Und es gibt sogar schon ein Bad Signal, ähm, das natürlich wieder mit, äh, Gordon und der Polizei heiß umstritten ist und blablabla. Ähm, wir brauchen ja unsere Standard-Plotpunkte, die in jedem Standard-Neu-Spin-Off-Batman-Film mit dabei sind. Ähm, und die mindestens über drei Viertel des gesamten Films ausmachen. Aber, wie gesagt, wir kommen dann dazu. Nein, also, wie gesagt, ich, ich hatte eigentlich erhofft, dass sie Batman Year One machen. Weil, das ist wenigstens so eine interessante Neuausrichtung von Batman. Und stattdessen haben sie sich für den absoluten Standard-Weg entschieden. Ja, du, wie gesagt, du gehst die üblichen Dinger durch, oh, die Polizei ist gegen Batman. Und er verprügelt erst mal Leute auf der Straße, die böse, böse Jungs sind. Und die Polizei ist korrupt. Und, es ist, und, wie gesagt, du, du machst mit solchen Leuten wie Falcone rum. Und, oh, und der Typ ist irgendwie ein Böser. Black Mask haben sie sich nicht getraut, ne? So, das, weil, weil, wer kennt schon wirklich Black Mask. Aber Falcone, den gab's ja in Batman Begins. Da erinnern sich Leute vielleicht noch dran. Es ist halt, es ist anstrengend und entnervend. Und ich denke, dass jetzt die meisten Leute mir vorwerfen werden, dass, ja, wen interessieren schon Comics? Ja, also, dieser Film hat mich vor allem relativ darin abgeschreckt, dass die Figuren und deren Lore ziemlich massakriert werden. Ja, also, wie gesagt, jetzt vermutlich keine Aspekte, über die sich jetzt der typische Filmkritiker aufregen würde, ja. Ich werde jetzt natürlich Leuten nix spoilern. Ich sag jetzt nur mal so viel, ähm, es gibt einen großen Twist zu Catwoman. Es gibt einen großen Twist zu Bruce Waynes Familie. Mehr sag ich nicht. Leute, die den Film gesehen haben, wissen, was ich mein. Und es ist so absurd bescheuert, dass ich wirklich einfach nur die Augen verdrehen konnte. Ja, es ist einfach nur, das, äh, es ist, es ist The Last Jedi. Es ist, for all intents and purposes, The Last Jedi, ja. A version of expectations, ähm, sozusagen. Auch das hast du nicht kommen sehen. Ja, natürlich hab ich das nicht kommen sehen, weil es ultra bescheuert ist. Weißt du, es ist, es ist, es ist so ein bisschen die, wie soll ich das jetzt nennen, die, ähm, die, die, die Mystery Box. Ja, so, ähm, von J.J. Abrams. Das ist die Mystery Box. Oh, da ist was Geheimes. Und dann, oh, das hast du nicht kommen sehen. Und, ja, das ist fein, wenn du solche kleinen Sachen in deinen Film einbaust. Das ist okay. Das so, es gibt ein bisschen was herauszufinden in dem Film. Deswegen bleibst du dran und willst zumindest wissen, was der Twist ist. Das ist fein. Das ist okay. Aber nicht, wenn du dafür Figuren so abschlachten musst. Und, ähm, oder deren Lore. Und, wie gesagt, Leute werden definitiv jetzt in die Kommentare gehen und sagen, Oh, scheiß Comic-Book-Nerd, ähm, das, für sowas bin ich nicht hier. Aber ich möchte halt einfach Leute verstehen lassen. Und da kommen wir jetzt eben an dieser Stelle zu sprechen auf Spider-Man No Way Home. Ähm, wenn ich schon, wenn wir schon solch krasses Name-Calling bekommen. Ja, das ist, oh, hier ist der Penguin, hier ist Catwoman. Oh, erinnert ihr euch noch, als Sally Berries Catwoman nicht funktioniert hat? Jetzt funktioniert es mit Zoe Kravitz. Jetzt, oh, schau, Doc Ock ist wieder mit dabei. Weißt, wenn, wenn das schon sein muss, dann möchte ich aber auch, dass das was mit den Comics zu tun hat. Und mein Problem mit No Way Home, also ich hab, ich glaub, ich hab dem Film jetzt keine Wertung gegeben. Ich weiß nicht, ich hätt ihm jetzt eine 6 von 10 gegeben oder so. Äh, das ist eben mein Problem mit den Tom-Holland-Filmen überhaupt. Es hat nichts mit Spider-Man zu tun. Es, es hat überhaupt nichts mit Spider-Man zu tun. Äh, sozusagen weder wirklich Gwen Stacy noch Mary Jane. Jane sind wirklich in ihrer normalen Form vorhanden. Noch, äh, Spider-Mans Backstory mit ihnen. Noch arbeitet er für den Daily Bugle. Weißt noch, noch und so weiter und so fort. Ähm, es ist einfach, ähm, klar, ich versteh schon, sie möchten ihr eigenes Ding draus machen, um eventuell auch garantierte Skripte über die Zeit hinweg wieder zu verwenden, um so eine Amalgamation draus zu machen. Und, oh, das ist jetzt der neue Spider-Man-Film aus drei anderen Skripten, die wir mal irgendwie rumliegen hatten. Also, ich, ich versteh das schon, aber ich, wenn, wenn Spider-Man draufsteht, dann hätt ich halt auch gerne Spider-Man drin. Also, vor allem halt jemand, leider als jemand, der die Comics liest, ist nicht regelmäßig. Ja, ich bin definitiv nicht up-to-date mit Comics. Ähm, also, vor allem seit Disney Marvel übernommen hat, bin ich definitiv nicht mehr up-to-date. Aber es geht um die Grundkonzeption, ja, es geht um die Grundkonzeption, ähm, was Spider-Man einfach grundsätzlich sein sollte, äh, was so einfach dazugehört, ähm, das, das, das sollte schon so ein bisschen einfach mit drin sein. Und ich mein, Spider-Man ist jetzt halt, wie gesagt, ein bisschen Ausnahmefall, weil sie halt diesen Deal haben zwischen Sony und Marvel, das versteh ich auch, da hab ich auch, da hab ich jetzt auch Rücksicht drauf genommen soweit. Aber trotz alledem, es reicht mir nicht mehr, dass du sagst, hey, kennst du den Schauspieler? Hey, kennst du die Figur? Von dem hast du schon mal gehört? Das reicht mir nicht mehr. Das ist mir einfach nicht genug. Und Spider-Man, äh, No Way Home war einfach das. Es war einfach, es war einfach ein Roll Call. Es war einfach, hey, das sind Sachen, die dir bekannt sind. Ist es nicht cool, dass Andrew Garfield wieder mit dabei ist? Hey, Tobey Maguire hat Leuten gefallen als Spider-Man. Ja, aber, weißt du, das ist okay für irgendwie so eine, so eine Marvel-Serien-Folge, für eine Folge, irgendwie in Loki 2, Loki Season 2, ist es ja dann vollkommen okay, dass du mal eine, so eine Alternate-Universe-Episode hast, aber einen ganzen Film? Ich persönlich hab einfach das Gefühl, dass, ähm, vor allem Spider-Man No Way Home und, äh, The Batman, äh, hauptsächlich so abgefeiert werden, weil die kriegen ja astronomische Wertungen, die Dinger. Ähm, weil sie jetzt halt die neuen, jetzt können wir endlich nach Corona wieder ins Kino-Filme sind. Ich glaube, dass das einen enormen Boost denen gegeben hat. Ja, genauso wie damals Avatar. Ja, Avatar ist eigentlich ein furchtbarer Film. Ein furchtbar generischer Film. Ähm, trotzdem hat er irgendwie, ich glaub noch 8,0, ich hab, ich hab einem DB eigentlich eh hier nebenher auf, weil ich, äh, was vorlesen wollte. Guck mal doch mal Avatar, ähm, wie viele Punkte hatten der noch? Ähm, hier, Avatar, ich nehm an noch, ah, 7,9, knapp unter die 8,0 gerutscht, okay. Aber, ja, kein normaler Mensch wird sich nochmal Avatar angucken, aber er hat halt so gute Wertungen, weil Leute gehen ins Kino, wow, 3D, und, und schauen sich den Film nie wieder an. Bei mir läuft das halt ein bisschen anders, ne? Ähm, ich schau mir Filme an, weil ich gute Filme finden möchte, die ich mir dann nochmal anguck. Ja, diese Filme sind in meiner Sammlung nicht, weil sie mir gefallen haben, sondern hauptsächlich, weil ich sie mir nochmal angucken möchte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendjemand nochmal diesen 3-Stunden-Schinken angucken will. Ich kann's mir einfach nicht vorstellen, dass es irgendwas gibt in diesem Film, zu dem Leute zurückkehren möchten. Und das ist für mich aber essentiell, einen Film zu bewerten. Also, wenn ich jetzt einem Film eine gute Wertung gebe, dann sollten eigentlich Elemente vorhanden sein, dass ich sag, wow, das kann man sich wieder und wieder anschauen und ist wieder und wieder davon beeindruckt. Das, finde ich, gehört einfach dazu. Das ist so ein bisschen so das Filmkritik-1x1 für mich. Und, ähm, ich möchte an dieser Stelle jetzt eben auch die Möglichkeit nutzen, um den Film eben mit The Joker zu vergleichen. Äh, wie gesagt, ich denke, Leute haben so durchaus Moose mitbekommen, weil ich hab nie ein offizielles Video dazu gemacht, dass ich jetzt The Joker okay finde. Es ist ein ordentlicher Film, es ist ein ordentliches Drama. Wenn du mich ad hoc zum Weinen bringen möchtest, ähm, einfach weil die Szene so gut gemacht ist, weil die Musik stimmt, weil das Acting stimmt, weil es, weil es phänomenal ist, dass diese Szene so toll zusammenkam in diesem Editing-Prozess, ähm, dann zeigst du mir einfach die Szene, in der, in der, äh, Joaquin Phoenix über seine Mutter herausfand. Ja, ich denke, Leute, ich möchte jetzt nix spoilern, also, wo er halt ihre, 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 ähm, ihre, ihre Daten praktisch wegklaut und dann wirklich erfährt, was mit seiner, mit seiner Mutter und mit ihm passiert ist. Das, es ist so eine phänomenale, mitreißende Szene. Einfach, auch, du musst gar nicht den Film gesehen haben, um diese Szene so toll zu finden, du musst eigentlich nur den Kontext verstehen. Ja, und, und das hatte The Joker zumindest zu sich. Wirklich einfach, einfach ordentlich gestaltete Szenen, eine ordentliche Arc, einen sympathischen Charakter, den du nachvollziehen kannst. Ich fand halt, dass in The Joker alles ziemlich on the nose war. Ja, also, und, und es hatte nix mit dem Joker zu tun. Und da kommen wir halt eben auf das große Problem zu sprechen. Es ist, The Joker ist an sich als Film vollkommen in Ordnung. Ja, das ist, das ist vollkommen okay, so als, ja, es ist praktisch Taxi Driver, bloß mit Batman-Paint-Up. Ähm, das ist fein. Aber wenn ich einen Film mit The Joker kriege, dann will ich auch den Joker drin haben. Und Joaquin Phoenix, äh, Performance, sein Charakter hatte nichts mit dem Joker zu tun. Wenn Leute wissen, um was es beim Joker geht, braucht es das eigentlich nur The Dark Knight anschauen. Bei The Joker geht es immer darum, er, er hat diese Fiktion auf Batman. Weil Batman ist all, steht für all das, was der Joker niederbrennen will. Von was er wortwörtlich die Maske abziehen möchte. Ja, das ist, der, der Joker ist davon, ist davon überzeugt, ist davon fasziniert, ist davon, ja, hat sich da richtig diesen Kern drin gefressen. Ähm, in The Killing Joke ist es eigentlich wunderbar porträtiert, was ironischerweise so ein bisschen eine Backstory zum Joker hatte. Der Joker möchte zeigen, dass all diese Veneer, ja, all diese Zivilisation, all dieser Intellekt, ja, all dieses Hochnäsige, ja, all, all dieses Moderne ist, du brauchst nur einen schlechten Tag haben, einen schlechten Tag. Und auf einmal bricht das, was wir als zivilisiert, als geistig gesund ansehen, auf das tribale Animalische in uns zusammen. Einen schlechten Tag, das ist alles, was es braucht. Das ist, worum es geht beim Joker. Ja, das ist beispielsweise auch, um was es ging, was ich ja Leuten empfohlen hab in, äh, Injustice. Es geht darum, sogar Superman ist brechbar. Und darum geht's beim Joker. Das hat absolut nix mit dem Film The Joker zu tun. Ich denke, dass das Leuten jetzt kognitiv aufgefallen ist, ne? Und, und das ist einfach für mich der springende Punkt. Ich meine, wenn mir was angekündigt wird, dann, dann möchte ich aber das auch drin haben. Verstehen Leute, was ich meine? Also, es ist so eine Gordon Ramsay-Geschichte, ja? Also, wenn mir frische Garnelen hier in der Menükarte angekündigt werden, dann möchte ich aber nicht, dann möchte ich aber nicht Abgetaute haben, die eingefroren waren. Weißt du, was ich meine? Das ist so, es ist so ein bisschen so false advertisement. Und, ähm, das, äh, ich verstehe aber, dass Leute das jetzt bei Weitem nicht so ernst nehmen wie ich. Ja, also, das, das, das ist, für mich ist einfach das Problem, dass ich mittlerweile weiß, was, äh, Comic-Book-Stories eigentlich leisten können. Ja, ich, ich, ich weiß, was die eigentlich können. Was möglich wäre noch für Geschichten zu erzählen. Und stattdessen kriegst du sowas wie The Batman. Was überhaupt nix mit The Batman zu tun hat. Es ist so, The Batman ist so sehr darauf getrimmt, dass Batman ein Detektiv ist. Erinnern sich Leute da dran? Er ist ein Detektiv. Er kann Dinge gut kombinieren. Und es wird in diesem Film also zu so einem Extrem gestreckt. Ja, das, The Riddler, oh, da hat er was versteckt. Und dann führt es dazu. Und, oh, er sieht, dass, äh, die Braut High Heels trägt. Und deswegen könnte sie ja befreundet sein mit der und hat Connections zu der. Und, oh, mit dem hat sie vielleicht eine Affäre. Und das, ich meine, es ist fast eine Persiflasch. Also, es ist wirklich ein Punkt gekommen in diesem Film, wo ich mir wirklich gedacht hab, okay, ich hab's kapiert. Er ist ein Detektiv. Es gibt hier, es gibt hier Hinweise zu entdecken. Ich hab das Konzept verstanden. Ähm, es ist, es wird fast absurd ab einem gewissen Punkt in diesem Film. Weil, wie ich bereits sagte, das ist, ja, Batman ist ein Detektiv. Aber, wie gesagt, wenn du dir die Comics durchliest, das ist nicht der Hauptaspekt von Batman. Ähm, das, das, das ist es einfach nicht. Äh, Batman ist ein Rächer. Ja, Batman ist jemand, der gegen das Böse angeht, notfalls mit Gewalt. Das ist die Hauptessenz von Batman. Ja, er erledigt den Job, der, ähm, abseits agiert von Korruption, von Manipulation. Das ist die Essenz. Nicht, dass er ein Detektiv ist. Einfach Missverständnis der Figur. Ähm, aber wie ich bereits sagte, ich verstehe, dass all diese Kritik von mir auf Taubeohren stoßen wird. Ich verstehe das auch total, weil, weil Leute interessiert es nicht. Ja, Leute interessiert es nicht, dass jetzt, äh, ein Comic-Book-Nerd herkommt und sagt, actually, das ist aber nicht richtig. Ja, ich, ich, ich verstehe das. Ich verstehe, dass Leute einfach ihren doofen Film haben wollen. Ähm, ich denke, das ist genauso ein Ding, wie die, die grauenhafte, absurd grauenhafte Picard-Serie. Also, auch um da einen kurzen Kommentar abgegeben zu haben. Schaut euch bitte, bitte, bitte die Red Letter Media-Zusammenfassungen. Also, sie sind legendär. Und das auch vollkommen zu Recht. Es ist, also, in meinen Augen wirklich diese, diese Picard-Serie ist, ist die, ist die krankeste Persiflage eines Charakters und eines Franchises, das ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Leute dachten, Leute dachten, The Rise of Skywalker war schlimm. Oh, you ain't seen nothing yet. Ähm, und das Interessante ist ja auch, dass die Picard-Serie, ich glaub, nur nicht mal wirklich gut ging. Also, wenn wir jetzt mal hier schauen, Star Trek Picard, dann hat das auf IMDb grad mal 60.000 Wertungen. Das ist nicht viel im Verhältnis. Ähm, schauen wir mal, weil wenn du jetzt, gehst auf Star Trek, äh, Star Trek, äh, wie hieß die Serie davor? Discovery, sorry. Ähm, äh, 120.000 Wertungen. Also, praktisch das Doppelte. Und das war jetzt nicht wirklich eine Serie, die Leute wirklich mochten. Äh, naja, okay, wie gesagt, erneut. Ich, 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 ich glaub, ich werd langsam alt. Ich glaub, das ist eigentlich so die Essenz dieses Videos. Ähm, also, wenn wirklich so was wie jetzt eben Star Trek Picard und The Batman und so noch wirklich gute Wertungen bekommt, ich glaub, ich werd einfach alt. Weißt, ich glaub, ich werd langsam zu einem dieser Leute, die irgendwie sagen, oh, aber damals war das noch anders. Ja, das ist jetzt halt der Batman für eine neue Generation. Ja, mit mehr so, so social, political commentary, was ich auch überhaupt nicht mag, wenn das in Batman mit dabei ist. Ja, das, oh, du hast jetzt Politiker und du hast jetzt irgendwie den, den Polizeivorstand und die arbeiten zusammen. Und das, nee, komm du, es ist ein Comic, es ist Batman, du hast Leute mit drin, die heißen Mr. Freeze. Ich will auch, äh, äh, das ist auch so ein Punkt, der Film hat sich viel zu ernst genommen, das ist auch so ein bisschen mein Problem. Äh, ich finde, dass die, ähm, dass die, äh, Christopher Nolan-Filme einen, einen wunderbaren Spagat geschafft haben zwischen ein bisschen Fun und trotz alledem einer wirklich ernstgehenden, tiefgründigen Story. Äh, dieser Film nimmt sich viel zu ernst. Ähm, wie gesagt, es wird teilweise fast zu einer Persiflage. Und das ist nicht gut. Ich, ich find's, ich, 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 also, ich, ich möchte es nicht mit dem Finger zeigen bei diesem Film, weil, äh, eigentlich ist dieser Film gemacht von einem, äh, Regisseur, den ich sehr, sehr gerne mag und der heißt Matt Reeves. Wird jetzt Leuten wahrscheinlich nichts sagen. Aber wenn ich euch sage, das ist der Regisseur von den letzten zwei Planet of the Apes-Films, dann können sich Leute vielleicht ein bisschen was drunter vorstellen. Ähm, der ist, der hat auch damals Cloverfield gemacht, äh, nur so zum, also hat, hat ein großes Wachstum hingelegt, finde ich persönlich, weil ich bin jetzt nicht so der große Cloverfield-Fan. So, nein, aber dieser Film ist geschrieben von Matt Reeves und jemandem, den ich nicht kannte. Nennt sich Peter Craig. Und dann hab ich mir geschaut, hey, lass uns doch mal gucken, was ein Peter Craig bisher so zusammen geschrieben hat. Yeah. Der hat so Sachen wie, äh, The Town, den ich auch überhaupt nicht mochte, Twelve Strong, Ami-Militär-Propagandafilm, äh, Bad Boys for Life. Dem nächsten Top-Gun-Film. Und hier steht, äh, Screenplay by für einen Film, der nennt sich, äh, Gladiator 2. Also, hochwertige Schreibe, die uns hier erwartet. Das ist, das ist nur so, was ich damit gesagt haben möchte. Also, ich, äh, ich schieb jetzt den schwarzen Peter, diesen Peter Craig mal zu, ne? Ähm, das ist jetzt so mal meine Überzeugung, dass, ähm, ja, die, die Lahmarschigkeit dieses Films vor seine Füße zu platzieren sei. Ähm, aber, wie gesagt, ich möchte ihn jetzt nicht outen oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist da noch viel, viel mehr falsch gelaufen. Und für die meisten Leute ist ja nichts falsch gelaufen. Ähm, die meisten Leute finden den Film ja super. Ähm, das weiß ich anzuerkennen. Ich weiß anzuerkennen, dass Leute, wie gesagt, auch, äh, The Joker ganz toll fanden. Und, ähm, und, ähm, Spider-Man No Way Home. Und ich bitte Leute anzuerkennen, dass ich mittlerweile einfach ein alter Opa werd. Ja, ich komm mittlerweile einfach nicht mehr mit. Also, das ist mir, das ist mir alles zu schnell und modern. Nein, es ist einfach, es ergibt einfach keinen Sinn in, in dessen, wie es gemacht ist. Und meine Erwartungen werden vielleicht immer anspruchsvoller und anspruchsvoller, weil weißt du, weil ich hab all das, ich hab all das zum Wieder und Wieder anschauen. Und eventuell gab es jetzt viele Leute, für die das der erste Batman-Film ever war. Und klar ist dann da natürlich ein bisschen ein Verständigungsproblem da. Ja, das ist klar. Ähm, deswegen, ich möchte jetzt Leuten nicht auf die Füße treten. Ich fand den Film halt ultra lahm. Ich fand, das hat nichts mit Batman zu tun gehabt. Ich find, die Figuren wurden total massakriert, nur um einen blöden Plottwist drin zu haben. Also, ich würd dem Film, also, ich hab dem Film jetzt auf IMDb eine 5 von 10 gegeben. Und ich würd sagen, der Film kriegt von mir eine Tendenz zu einer 4 von 10. Das soll heißen, wenn mich jetzt jemand mit einer Knarre an meinen Kopf dazu zwingen würde, den Film noch mal zu gucken, dann würde er vielleicht sogar eine 4 von 10 dann von mir bekommen. So, geb ich ihm jetzt mal eine mittelmäßige 5 von 10. Es war wirklich eine Enttäuschung, weil der Trailer war eigentlich ganz cool. Ja, der Trailer war eigentlich ganz gut und der Film geht einfach viel zu lang. Auch nur so eine kleine Sache, die ich hier angemerkt haben möchte zum Ende. Weil das ist so, ich mach sowas gerne. Ich mach mir gerne so Notizen zum Film, ab welchem Punkt so explizite Plotpunkte. Ja, so, oh, wir sind eine halbe Stunde drin, da sind wir jetzt ungefähr an diesem Punkt und dann würde ich Leute vielleicht nach Gucken des Films mal bitten, die englische Wikipedia-Zusammenfassung sich anzugucken. Die erste Stunde des Films sind zwei Paragrafen. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Wenn du eine Stunde deines Films, was teilweise die Hälfte eines ganzen Films ist, wenn nicht sogar mehr, in zwei Paragrafen zusammenfassen kannst, dann läuft mit dem Pacing ein bisschen was falsch. Das ist jetzt einfach so meine Aussage. Wie gesagt, ich mach das gern. Ich mach das gern bei solchen Filmen, die mich zu Tode langweilen, dass ich sag, okay, wie gesagt, zwei Stunden, da sind wir ungefähr hier und dann guck ich nachher bei Wikipedia nach, in wie viel, in wie viel wenigen Sätzen kannst du das jetzt wirklich runterbrechen, diese Geschichte, um die Essenz rauszuquetschen. Und wie gesagt, wenn du das in zwei Paragrafen schaffst, dann ist die Kacke am Dampfen machen. Und das ist so, wie gesagt, eben einfach mein Hauptproblem gewesen. Ich hab mich zu Tode gelangweilt mit dem Ding. Und ja, fünf von zehn Punkten. Damit hab ich fertig. Ich bin bereit. Der Stahlhelm ist noch nicht aufgesetzt, aber er liegt da drüben in der Ecke für das Feuergefecht, das in den Kommentaren jetzt dann ablaufen wird. Und ich bin, ja, ich bin kriegsbereit, auch indessen, dass wir vermutlich im nächsten großen Video über den Krieg sprechen. Ja, es wird mal wieder dann ein bisschen ernster. Aber so wollte ich Leute jetzt einfach ein bisschen Entertainment bieten, so ein bisschen, ja, auch Meinung zu Entertainment bieten, bevor wir uns dann vielleicht wieder ernsteren Themen widmen. Ja, auf Batman haben jetzt Leute sicherlich gehofft und gewartet. Und da ist er. Da ist er. Hat Spaß damit.